Bei mir habe ich richtig entschieden. Ach, hör auf. Jo Leute, was geht? Willkommen zum neuen Video. Ich sitze, wie auch schon in der anderen Challenge, hier mit Jürgen Klopp. Und die Challenge heute heißt Which Team? Das heißt, wir sehen nur die Nationalitäten und die Aufstellung und müssen mit unserem Fußballwissen herausfinden, um welches Team es sich handelt. Und ohne viel zu labern würde ich sagen, fangen wir an. Auf geht's. Stopp. Barcelona. Messi, Griezmann, Suarez. Da hat er zwei Sekunden für geworben. Alles gut, alles gut. Deutscher Torwart. War stark, war stark. Ich war noch am Sortieren. Das ist dann im Alter nicht mehr so cool. Ups. Traut sich keiner. Ich kenne die Flagge nicht. Was? Echt? Was ist das? Dänemark. Dann ist Leicester. Leicester City. Ja, das wäre jetzt auch mein Tipp gewesen. Hast du jetzt zu raten? Oder war es richtig? Nein. Es gibt ja noch einen mit dem Dänischen Torwart. Na klar. Leicester City. Kannst du noch einen halben Punkt haben, wenn du willst. Ach Quatsch, nein. Aber ich war mir unsicher, weil ich kenne, wie heißt der, von Augsburg? Ja, ne, von Freiburg. Von Freiburg kam der. Von Freiburg hin, ja. Von Freiburg hin. Wir haben nur gesagt, wer zuerst sagt, sorry. Es wäre schön, wenn du für mich die Taste drücken könntest, weiterhängt. Einmal die Flagge erklärt und einmal, ja, das ist ja. Du hast echt großen Anteil an meinem bisherigen Erfolg. Man City? Nein. Das ist ja dann falsch. Ah, das ist Inter Mailand. Das stimmt. 3-2. Ja, 3-2. Das ist Real Madrid. Einverstanden. Ist das? Nee. Doch. Hazard, Vinicius, Julio, Benzema, Couture. Ja, okay, groß. Sehr gut. Steht es damit? 4-3 für dich mindestens. Wenn nicht 4-2. 4-2, oder? Ja. Wow. Dortmund. Richtig. Ja. Ja. Schweiz, Schweiz. Aber Hummels spielt im Zentrum, nicht Alkanji. Und der Franzose spielt links. Sagadou. Das ist linksfuß. Mats spielt im Zentrum, ja. Oh, das war 4-3. War es 4-3? War es 4-3? Er führt auf jeden Fall. Oh. Hä? Das ist mir selber anstrengend. Ah, ja. Upsala. Nicht gewusst? Nee. Äh, Liverpool. Ja. Ich wollte schon wieder am Wasser. Ja, der hat eindeutig gewonnen. Ja. Hochverdient. Also, Liverpool. Das war stark. Das hätte ich wissen können. Und jetzt kommt... Ups. Ähm, Juventus. Quadrado, Alexandro, Ronaldo, Dybala. Scherchen im Tor. Ja. Ganz, ganz stark. Das war deutlich. Juventus-Turin. Juventus-Turin. Ja, ja. Das war stark. Ich bin froh, dass ich mich hier durchsetzen konnte. Ja. Auch wenn ich es am Anfang mit dem Buzzer nicht verstanden habe. Ich habe drei Punkte gemacht, davon hast du eigentlich zwei gemacht. Einmal hast du mir die dänemark- Flagge erklärt. Stopp, PSG. Hier seht ihr jetzt den finalen Punktestand. Ich konnte mich gegen den besten Trainer der Welt durchsetzen. Hat Pepp auch mitgespielt? Ich habe das geschafft. Hat auf jeden Fall mega Bock gemacht. Auch du hast dich gut geschlagen. Du weißt jetzt, was die Dänemark- Flagge ist. Endlich. Das ist unangenehm. Insofern, mir hat es mega Spaß gemacht. Absolut. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Bleibt wie immer sportlich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.